Ich habe mich für Folge entschieden, weil es mir mega Spass macht, den Zusammenhang mit den Menschen, dass ich die Krankheitsbilder kenne, also ich weiss, welche Pflegeinterventionen ich machen kann, das ganze medizinische sozusagen, aber auch das pflegerische, gefällt mir mega. Ich habe mich für den Lehrprof entschieden, weil ich früh in der Sekte rausgefunden habe, dass ich nicht rum sitzen kann, genug lange. Und dann habe ich angefangen zu suchen, nach einem Job, wo ich viel draussen bin, viel Bewegung habe und bin auf den Zimmern gekommen. Das hat mir sehr gefallen. Ich habe mich schon mit jungen Jahren für das Zeichnen interessiert, aber nicht so von Hand, mehr am Computer und geometrisches Zeichnen. Und Orientierung hat mich auch schon immer interessiert. Ich habe schon früh gewusst, immer, wo es durchgeht und auch Pläne. Ich kann mich gut lesen, macht mir Spass. Das ist es. Ich habe mich für den Lehrprof entschieden, aus dem Grund, dass ich mich gerne mit Computer auseinandersetze und auch gerne anderen helfen, wenn sie Computerprobleme haben. Ich binronsicht. Ich binOND. Ich bin Dopier celebrity. Ich bin Plus und Sägerolk. Ich bin jetzt auf das Thema.